Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Last Year The Nightmare Und ja, wir sind immer noch in der selben Lobby mit Forst Survivors und dem als Chat Und ich hab jetzt auch mal VoteKiller genommen Also es ist halt immer zu... Tobi hat auch VoteKiller genommen Tobi hat auch VoteKiller genommen Ja, geiler Typ Na tsch... Hey Tobi, was ist los hier? Eigentlich ist das dumm... Oh, The Library Eigentlich ist das dumm von uns gewesen vorhin Wir hätten einfach alle VoteKiller nehmen können Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass einer von uns Killer ist Ja, man muss das spielen Aber, aber hat Spaß gemacht, ey, das war so cool, ey Aber auch den Killer muss man erstmal lernen, ne? Den muss man auch erstmal lernen Wir sind ja neu hier, ist das zweite Mal, jetzt die zweite Runde, dass wir spielen Nein, du musst das Spiel direkt perfekt beherrschen, Mann Entschuldigung, Entschuldigung Oh, krass, oh, Alter, der Pickel Boah, der hat mich voll... Oh, sieke Oh, leu Was? 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 Das ist so geil, Alter Okay Okay Da steht Kevin oben, seht ihr das? Können wir erst suchen? Wir müssen den Disk finden Wir müssen den Disk finden Die Frage ist aber, wo sind die? Wir bleiben wieder zusammen, oder? Wir bleiben... Ja, die werden wahrscheinlich gleich angezeigt Die Paaren... Find the Disk, okay Lasst uns zusammenbleiben, Leute Das ist im Nachbargebäude Das ist im Nachbargebäude Das ist im Nachbargebäude Warte mal... Hey, Tobi, geile Ahnung Oh, die Scrap, wenn ihr das findet, dann könnt ihr halt auch neue Sachen mit craften, ne? Das ist echt gut Ah, okay Und ihr solltet immer so ein bisschen rumschauen Hey, warte mal, 61 Meter in die Richtung, das hier ist... Hier, wo ich bin! Wir müssen halt runterkommen Komm mal, komm mal So, wir müssen auch... Also ich kann heilen, wenn jemand Leben braucht Oder Tobi auch, ne? Ich kann auch heilen Ja, nice, Alter Pan geht einfach mit der Lanze voran, so, weißt du? Oh... Oh Gott! Geblendet, 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 drauf da, drauf da Hey, der ist nicht geblendet Der durfte nix sehen Schlagtuch! Ich bring aber nicht so wirklich viel Charme, ne? Okay, also nicht frontal draufgehen, wenn er geblendet ist, ne? Der hat eine Trap gelegt, genau von Eingang Hey, wenn gleich einer... Oh, hinter uns, hinter uns, Leute! Im Running to the Screen, I know you can do Wir haben ein wir haben eine klasse die nur schlagen kann das ist echt nicht so geil dass du von Nein, so war das echt gut Ja wir konnten uns halt nicht wehren das ist ein problem ich hatte eine taschen aber das habe ich nicht gemerkt vorher Schade durch immer den sold genau Allein auch hier hat Tobi alter Das Ding ist eric du kannst dich nicht verstecken also er er kann halt wenn er unsichtbar ist kann er durch die ganze web einfach so durchfliegen Tobi muss mich außerhalb ich glaube du rettest mich gerade Ja mach ich mach ich Kann schlagen ich kann schlagen Oh Tobi danke schön voll gut Ich kann da gerade nichts machen Alter wie geil Wie geil ist das denn? Was? Nein er hat mich auch gefehlt Nein Was passierte denn gerade? Alter der kam gerade durchs Dach mit der Axt direkt im Kopf Wie geil war das denn gerade bitte? Ja das war eine dieser Pfeilen Hammer Weißt du denn du bist Ja ist echt War das so geil Stäre gr AIDS und feiern einfach total an Das war wirklich geiles Oh der Rektor ist auch da Hallo der Rektor Warte 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 oh das ist der Killer da vorne Wie gut das einfach ist Aber ihr könnt Hauen ihr könnt hauen Aber lasst mal da runtergehen da können wir jemanden holen Aber der Killer ist doch recht 全 ist tot Also zu tief sind Sinn also zu tief oder Vorsicht наших Vorsicht vorsicht vorhodo Oh, voll der Mädchenverprügler! Oh, voll der Mädchenverprügler! Kann ich halten? Well, he's quite hitting on girls! Ohohohohoho! Der Domi! What a gentleman! Ich glaube, er hat auch nur ne gewisse Zeit, wo er sichtbar sein kann. Kann ich denn die Bomben? Oh, da war ne Falle. Da war ne scheiße fucking Falle. Hinter dir Domi! Blenden, blenden, blenden! Ich seh nix! Ich komm nicht aus der Tür! Der hat die Tür gesperrt für mich! Ja, das war mein Problem auch gerade. Ja, ich kann nicht raus. Ah, schade! Alter! No, don't kill me! Don't kill me! I have three children! Please let me... Alter, voll den Hals, Alter! Alter! Rasches Spion! My three children will die because of you For survivors! I hate you now! I'm dead! Very evil person! Warum redest du bitte russisch? Der Russe war doch jetzt... Oh, sorry! Oh, Mann! Das war ich gar nicht das Mal, oder? Ich weiß gar nicht, wer ich war! Puh! Nochmal! Lass mal alle Vote-Killer machen! Alle! Wer konnte die Mollys machen? Keine Ahnung! Wir brauchen wieder zwei Leute! Von jeder Klasse kann man zwei Mal spawnen! Genau! Wir brauchen auf jeden Fall zwei Leute, die prügeln können! Okay, alles klar! Also ich kann eigentlich gut blenden! Ich glaube, ein Heiler reicht! Ich glaube, ein Heiler reicht! Nehmen wir noch jemanden, der blenden kann! Ja! Und, äh... Vielleicht Erik und Pan sind dann diejenigen, die schlagen können vielleicht! Achso, ähm... Wer ist Blender? Das siehst du, glaube ich, warte mal! Ja, du kannst ja gleich choosen, oder? Achso, ja, genau! Weil Blenden kann ich eigentlich ganz gut, wenn er... Wenn ich weiß, wann er aufgeladen ist! Komm, Alter, mach auch Killer! Wir lassen's jetzt doch ankommen! Ich bin ready! Oh, ich kann nicht mehr Vote-Killer machen! Oh, schade! Kann ich unready machen? Ne, kann ich nicht mehr! Egal! Egal! Ey, du bist ein wunderschöner Troy, bist du! Weiß nicht! Oh Gott, ey! Ich finde aber, die Grafik sind echt nice gemacht! Also, das ist echt... Die sieht das Spiel auch an sich ganz geil! Ist das auch die Apex-Engine? Ich... ne... Ich verstehe aber, ich glaube... Ach, ne, das ist die Unreal, glaube ich, ne? Ah ja, stimmt schon, ja! Ich verstehe aber, warum wir alle Menschen... Alle Leute brauchen in der Gruppe! Okay! Ja! Das hat ich gut aufeinander aufgeteilt, finde ich! Also, ich bin kein Killer! Mhm! Ich mach euch jetzt fertig! Was, Tobi, echt? Was, Tobi, nein! Nein, nein, nein! Ich... ich bin's! Ja? Hä? Echt? Ja! Ja, Curry ist nicht hier! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! Ja, ne! Ich mach alte 4, Alter! Instant alte 4! Ich hab keine Ahnung, was abgeht, Alter! Ich weiß es nicht! Aber ich war noch gar nicht! Also, ich kann das gar nicht machen! Ja, er hat keine Ahnung! Ist klar, Curry! Tobi, die stört sich als erstes! Ich zieh in meinen Keller rein und zieh... Das ist... Das ist Standard! Dann lass ich nicht zwischen meine Beine gucken! Verstecken kann man sich hier nicht, ne? Nee! Hey! 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 Awesome! Baby, Baby. So, wir brauchen noch mehr. Ja, ja, ich folge dem einfach, der kennt die mehr. Ja, wir folgen. Vielleicht hier das Loch rein? Hier, hier vorne. Okay, da weiß ich noch mal, wo es rein geht. Hier. Ah, ja. Ah, ja, okay. Was kommt hier da raus, Alter? Nice. Help, help. Yes, 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 of course. Help, help, help. Let's get the fuel into it. Hey, music, music. Oh, ich bin so doof schon wieder, ey. Oh, fuck. Ich komme jetzt noch mal kurz. Right behind you. Go, go. Right behind you, my friend. Ja, moin. Ah! Ah! Curry! Oh Gott. Curry, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Wie kann ich denn wieder unsichtbar? Wie kann ich denn wieder... Kann ich denn wieder... Ah, okay. So kann ich wieder meinen Modus geben. Hey, Curry. Tschüss. Curry, wie geht's dir? Scheiße, ey. Was denn, wieso? Was passiert? Curry, hast du Spaß? Ja, ich hab echt Spaß gerade, Alter. Das ist echt lustig. Okay. Okay. Was reden die eigentlich die ganze Zeit? Die Charaktere. Oh. So. Okay. Hä? Hm? Ach, Pan. Pan, was denn? Nicht pupsen, Pan. Danke schön, Curry. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Ich muss los. German groß. German groß, Alter. Gut, gut. Ich muss groß? Sorry, ich muss los. German groß. Ah! Hey! 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 Oh! Oh, nee. Okay. Da kommt füste Woll was. Genau, Pan. Pan, aktivier mal. Ja. Also, ich hab's jetzt aktiviert. Und jetzt? Och, Vorsicht. Das Curry, Vorsicht. Das Curry! Ja, moin, Alter, was geht ab? Tschüss! Sehr gut, sehr gut. Oh, Bruder! Oh, Bruder! Me, schlafen! Nein! Spielt ihr da hinterher? Nein! Was macht ihr denn jetzt? Alter! Curry zusammengeschlagen Oh mein Gott, ey! Okay, let's go! Ich schätze manchmal überhaupt nicht, wo die fallen sind Go, go! Danke Curry! Danke Tobi! Ja, kein Problem! Danke Tobi! Ich hab ne Überraschung für Curry! Echt? Zeig mal! Ja, komm mal her! Ich bin echt gespannt, weil du mir zeigst! Geht's hier überhaupt noch weiter? Ehhhhh... Es braucht nur ein bisschen länger, um ein Spiel anzukommen Ich bin echt voll aus wie... Wie Curry da greift mit seinem Haslon-Killer gerade so um die Ecke gecrawlt Das war... Ich fahr spazieren! Curry, lassen wir mal fahren jetzt! Immer mal einen fahren lassen! Hat meine Mutti schon gesagt! Ah, he's coming! He's coming! Nein! He knows what we are doing right now! Nee, das stimmt gar nicht! Was? Der Curry ist hundertpro hier! Na, der beobachten ist hundertpro hier! Ja! Ne, mag ich gar nicht! Doch, genau das tust du! Die sind überfallen! They're traps everywhere! They're traps! Traps everywhere! Up there! Currywurst is a fucker! Hahahaha Passi, der kommt! Oh mein Gott, 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 was mach ich? Geblendet, er ist geblendet, er ist geblendet und brennt! Ja, nice! Hilfe! Aua! Auaah! Oh Gott, Hilfe! Ok, alle Traps sind... Hey! Traps are disserast! Rasschen, rasschen, boys! Trap, wocht ihr weg? Der was sind, der was ist weg? Der was ist weg? Der was sind wechsle... Wir haben den da so weggeworfen, wer war das? Das war der Russe. Das war der Russe. Wie ist hier geschrien aus? Scheiß, Alter. So, escape. Where to? Oh, we're there. Posi, trap 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 trap. Another trap, another trap right here. Posi, das hebt man an der Tür. Oh, nein! Oi, 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 Beth rassenlos. Da, moin, Alter! Wollt ihr den mich holen? Soll ich ihn holen kommen? Tobi, Alter! Alter... Wie hier übernommen Fallen sind. Okay, nice, nice. Scheiße. Okay, we gotta go. Scheiße. Tobi! 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 9 Sekunden! Los, los, los! Tobi! Tobi! Geil! Geil, geil, geil! Tobi! Nein, schade! Oh nein, was? Nein! Oh nein, wie gemein! Wer hat's denn da gekillt? Ich dachte, den Tobi hätte ich gekillt. Oh, oh! Nee, du hast Sideshick gekillt. Ach, den Hosen hab ich... Alter, wie knapp! Eine Sekunde mehr! Eine Millisekunde war das... Holy Shit! Achso, du warst der Erste, den ich runtergezogen hatte, ne? Ja, ich bin wieder aufgestanden. Achso! Ich dachte, du wärst getorben, Alter. Getorben? Getorben, ja, Tobi. Getorben! Go, go, friends! Oh, Mann! Ja, nochmal hier, los geht's! Heilige Scheiße! Ey, man muss verreicht werden, ne? Der Killer, ey! Doch, brock! Boah, ich hab keine Ahnung, wie da hab ich's da! Go, friends! Ich hab Vikings aufgehört, wegen denen zu gucken! Wegen auf dem Charakter! Heilige Scheiße! Okay, haben wir wieder ready, oder was? Ja, let's go, Alter! Ich bin total bereit, Alter! Ich bin richtig bereit! Alter, Curry als Killer will ich auch nicht nochmal haben! Das ist echt nicht so einfach, ey! Vor allem, wenn ihr wirklich gut zusammenarbeitet! Was? Was? Was soll'n' das? Was soll'n' das? Was soll'n' das? Hm? War das voll problematisch, wenn immer jeder einen anderen Charakter hat. Ich kann mir das gar nicht merken, weil hier ist das so viel neu, und dann, ja. Spiel doch auch keine Rolle eigentlich, wer wer ist. Klasse kannst du doch wählen, oder? Ja, das ja. Ne, Charakter meine ich, weil ihr jetzt immer alle gewechselt habt. Ja, aber das ist ja egal. Für mich ist Tobi jetzt einfach dauerhaft die Zahnspangenfrau. Achso, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Ja. Deswegen renn' ich immer der Zahnspangenfrau, und dann ist das jemand vor ihr andern, und das ist... Außer, dass Tobi jetzt Killer ist. Ich bin wieder gehackt. Okay. 1, 2, 1, Commander Keen 4.exe? Okay. Achso, klar. Kevin! Kevin, da ist sie da! After that, we hack the computers. If we break it to the system, that should open the door to Bellman's secret library. Okay. Geiler Plan. We get that gate open, make our way across the library, and we're good. Das haben wir vorhin noch nicht geschafft. Ne, okay. Hä, wer ist das denn? Ich bin nicht der Killer. Pan ist der Killer, glaub ich. Wer ist der Killer? Ich bin Medic. Tobi? Tobi, kann es sein, das... Tobi, ne? Ne, ne, ne. Ich bin hier. Wer ist denn dann der Killer? Pan ist der Killer. Oh nein. Was? Pan ist der Killer. Oh mein Gott. Oh nein. Ganz kurz, Pan. Kannst... Mit E und F kannst du jeweils unsichtbar und sichtbar werden. Okay. Um sichtbar zu werden, musst du immer außerhalb der Sichtweite von uns sein. Weißt du? Okay, alles klar. Danke. Cool. Ach, man kann die Fallen verstärken, man kann Quick Travel machen. Alter, es gibt noch so viel mehr, was wir hier machen wollen. Okay, Leute, wir bleiben bei euch. Wir müssen zusammenbleiben. Unbedingt. Okay, ich hol die Diskette gerade. Ja. Okay, holst du die Diskette. Wir sind bei dir, Eric. Ja, man muss aber erst mal reinkommen. Ja, aber mega. Man muss mega reinkommen. Und das mach ich auch nochmal schnell. Also, Looten ist halt so wichtig, ne? Glaube ich. Hä, ihr geht beide in die andere Richtung. Ihr seid da oben. Kannst du hauen, Tobi? Warte mal, Eric. Der Tobi kann hauen. Warte kurz. Ja? Ich kann halt nur heilen. Du kannst blenden, ne? Hä, ich weiß gar nicht. Wie kommt man denn da hin? Das ist ganz so anders. Keine Ahnung. Irgendwie auf dem Dach oder so, oder? Shit. Wie kann man denn, wie kann man denn Pfeilen setzen? Äh, mit Linksklick einfach. Kannst du aber nicht immer setzen. Ah, okay. Zum Beispiel nicht, äh, ein paar Füße vor uns, oder so. Du musst halt mal so'n bisschen mit, äh, mit Abstand ausmachen. Warte mal, warte mal. Ich crafte gerade Molly. Moment. Ja, warte, der Tobi ist gerade alleine. Nochmal. One sec. I think I can build something. Nice, Tobi, komm. Ich craft Molly drauf. Ah, cool. Ah, ich kann meine Items noch verbessern. Das ist ja nice. Ja, ja, genau. Mit dem Loot kannst du es machen. Ja, nice. Wir müssen nach oben irgendwo. Hier ist das Klo. Da geht's nicht nach oben. Mhm. Get ready to watch. Get ready to watch. So, du kannst halt glaube ich auch, also der Typ mit dem Crafting Kit, kann halt glaube ich auch für uns dann Sachen craften. zum Beispiel, äh, Flashlights oder so. Mist, Mist. Okay, Erik, du hast die Diskette, ne? Ja. Okay, das sieht nicht so gut aus. Wo geht's denn hier hin? Eigentlich, wenn wir traveln, wo geht's denn da hin? Oh, Erik, vorsichtig, Alter. Oh. Oh, krass. Soll ich heilen? Oh, lol. Paaren, du Drecksau. Ja, aber echt. Wenn ihr Leben braucht, sag Bescheid. Ich kann heilen. Okay, komm ich da rein. Ich pass auf euch auf, Leute. Ich lass das nicht zu. Moin, Zeitschick. Ja, Moin, was geht ab? Und hackt die Bude. Ja, geil, Erik. So geil, Alter. Guck mal, da kann's installiert. 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 Ja, das geht halt auch. Ich weiß nicht, ob man da für eine bestimmte Klasse braucht, oder so. Oh, Vorsicht! Boah! Boah! Okay, wir gehen mit dem Force, dann machen wir das einfach mit. Boah! Boah, heftig, Alter. Heftig, Alter. Okay, der Russe ist jetzt alleine da oben, ne? Ja, lass mal machen. Der kann halt, der ist Profi. Glaub ich. Ich hab keine Ahnung. Der wartet aber die ganze Zeit nur mit dem Server, der, äh... Ich weiß nicht genau, warum. Was denn, Tobi? Lässt sich, glaub ich, grad tragen. Richtig, richtiger Teamplayer. Ja. Okay, ich hab die Disc. Nice! Nice, nice! Müssen wir wieder zum Server bringen, oder was? America Connect! Ja, genau da, wo wir grad auch schon waren. Dann können wir ja hier und wieder raus, oder? Warte, war hier nicht so, so'n, so'n... Oh Gott! Oh mein Gott! Geblendet, er ist geblendet, er ist geblendet! Rauf da, drauf da, drauf da! Rauf, drauf, drauf, drauf! Nice! Der brennt auch noch! Ja, geil! Soll ich nicht so aggressiv? Ja! Ich heil dich! Ich heil dich! Ich heil dich, Tobi kein Problem! Ich heil dich! Das ist ja Paan! Das ist ja Paan! Nein! Ich bin die ganze Zeit bloß und ich hinterhergelaufen! Ich glaub die ganze Zeit getroffen! Ich denk, da hörte ich mich nicht sehen! Okay, raus hier! Okay, raus hier! Äh, Paan, guck, achte mal auf sie, auf die Geo, manche, manche Dinger scheinen weiß, und dann kannst du da so, dich rein verstecken, weißt du? Hell yeah! Ist ja super! Danke für die, für die Tipps! Oh ja, das muss, das, also Killer-san ist ja... Naja! Ja, das ist nicht einfach! Das ist nicht einfach! Also, ich find's aber geil, dass er nicht übermächtig ist, weißt du? Das stimmt! Ja, ja, stimmt schon! Das fand ich bei DVD halt immer so ein bisschen nervig, weil der halt echt überkriegen war! So, hack the first computer! Wo ist denn der Computer? Hack the first computer, hack the first computer! Ja Leute, auf geht's! Braucht jemand Leben? Ding-Dang-Dong! Ey Leute, braucht ihr ein Leben, ey! Nee, brauch's nicht, Alter! Ich brauch echt mein Leben, langsam! Der macht ja auch wieder zu mir jetzt, ne? Ja, warte mal, der eine ist, der fehlt aber noch! Der Computer ist rechts! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ich hab gar was gehört, ich weiß nicht, ob seine Falle platziert wurde... Oh Gott! Er spielt kein Klavier mehr immer! Man töte uns mal bitte nicht jetzt, ja? Okay, pass mal kurz auf! Ich mach mal eben kurz hier, äh... Oh geil, Lemminges! Oh, auf geht's! Alle überleben! Oh, hier kann man fast traveln! Ja, wir müssen noch ein Computer hacken! Pass auch mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Schacht da vorne! Ja, wollen wir auch fast traveln durch die Schacht? Ja, komm, lass mal machen! Ja, komm, lass mal machen! Tschüss! Tschüss! Let's move! Follow me! No for me! Okay, ach, da geht's... Oh, ich hör mal, wer da unten ist! Ich hab grad's gehört, ja? Oh, was kommt von unten rein? Oh, gegen 4 Survivors! Nein, 4 Survivors! No! Warum rennt der denn da runter? Ey, der rennt da runter! Was macht der denn? Bleib doch hier! Warte mal, ich muss den heilen! Ich muss den heilen! Ja, du weckst auf! Parn, Alter! Parn, du bennst! I kill you! Schisch, schisch, schisch! Kann ich doch noch was machen, oder nur das? Warte, ich heil, ich heil! Ah, fuck! Oh, Gott! Ah, Parn, du weckst auf! Du Arsch auf dich auf, Parn! Aber ich kann jetzt nur Special Attacken machen! Nee, 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 weiß gar nicht, ob ich nicht mehr hier... Oh, lol! Oh, lol! Nein! Warte, bleib! Oh, uuuh! Seid, schick! Yo, Toni, Alter! He died so young! Ey, wo lieg ich denn hier mit meinem Kopf auf die offene Arsch? Ja, nice! Bitte nicht furzen! Ey! Go! Help me, go! Was ist kaputt? Okay, nice! I, Parn hat furzen ihren... in ihren komischen... komischen Trecken abgefüllt, ey! Das ist ja einfach Mac Nugget, ey! Rescue Saichik! Yo, help me! Aua! Was war das? Braucht ihr mal das Healing? Nee, nee, nee! Okay, soll ich losgehen versuchen? Warte, 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 machen wir's zusammen! Warte, wir hacken das gerade und dann können wir vielleicht den retten! Wenn ihr wollt! Okay! Oh, chat, alter, der hat richtig was hinter... im... im Kopf! Warte mal, kann ich noch, kann ich noch? Health Regen... ne, kann... Oh, doch, kann ich! Health Regeneration! Boah, ich hab keine... Nice! Das sind wir uns auch gecastet, Alter! Eric, schön, machst du das! Danke, Tobi! Wie kannst du mich gerade sehen? Hey, Eric ist alleine! Nein, natürlich nicht! Nee, aber wie? Eric ist alleine! Oh, ne, Eric, was tust du? Hä? Du bist unsichtbar! Oh, meh! Sie ist auch unsichtbar! Sie kann... Also, sie hat einmal einen Baumodus quasi für die Fallen, da kann sie nichts machen in der Zeit. Und einmal einen Sichtbarkeitsmodus. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass sie zum Beispiel direkt hinter dir spawnen kann. Also... Also wenn du nicht in der... ihr Sichtbe... Was war das denn? Ah, okay. Boah, der kriegt gleich hauen, Alter! Ich heil' den kurz. Voll geil! Wenn du... wenn du den heilst und der wegrennt, dann läufst du automatisch hinterher, während du das gedrückt hältst. Aber das Gute ist, wenn sie sich jetzt um mich konzentriert, könnte jederzeit schon mal alles andere machen. Das stimmt, das ist natürlich unsere Taktik, Eric. Aber wir müssen jetzt helfen kommen, Mann. Oh, okay, okay. Oh, shit. Cool, cool. Ich muss, glaub ich, noch mal ein paar Dinger hier zu craften. Da hab ich schon drin. Nice. Tobi, mit deinem Baseballschläger, wie er einfach voraus rennt, so weiß ich. Warte mal, ich heil' den mal kurz, ich heil' den mal kurz. Ey, kein Problem, Mann! Prinz fix you up! Oh Gott! Oh, die Bande sind ja gefurzt! 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 Was? G-Germ-Germ-Germ-Germ-Germ-Germ-Germann forever! Schnell travel! wir das leute die panik was aus ich weiß es genau ja natürlich sie warten nur auf den richtigen moment das war das ding aber ist das geile sparen wir sind gegen die mittlerweile kann sonst gar nicht ob er in dem monotov cocktail ist ohne herzene vor der falle wo er das geht ab hand ist ein ein Oh, 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 Tobi, oh, Alter! Tobi, ich heil dich, ich hab dich, ich hab dich! Scheiße! Nice! Nice! Ah, ich musste alles AirTor checken, Mensch! Ja, Tragen, keine Sorge! Ja, also muss man! Haar, nicht in die Falle schicken! Cool! Okay, nice, hacken! Cool, cool, cool! Auch noch jemand leben? Hacke die, hack, hack! Vorsicht, vorsicht, ist in der Falle! Hey, Tobi, ich gibt... Ey, was mit deinen Augen? Oh, nicht sch... Ah, du schlupfst mich da nicht in die Falle! Deine Augen waren grad komplett woanders! Oh Gott, was ist denn die denn? Hey, jetzt! Was ist denn zuhause? Hä? Ähm... Okay! Oh Gott! Ähm... Ich glaub, wir müssen da durch! Ich, äh, bleib mal hier oben bei ihm! Ja, ja... Müssen wir hier durch? Nee, 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 wir müssen da nicht durch, oder? Echt nicht? Doch, wir müssen da durch, oder? Geht das Tor auf? Komm, Leute, auf geht's! Hey, hey! Hä? Wie seid... Oh, Quack! Ach, Alter! Warte, 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 warte! Go, 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 go! Ja! Oh, ja! Go, go, go! Okay, es ist da, es ist da! Komm, 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 Leute! Komm, 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 komm! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Boah! Alle durch! Da war noch ne Falle! Oh! Was macht der Runde? Sideschick, go, go, go! LoL! Go, 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 Sideschick! We need to do that! Ah, scheiße! Da hat noch ein Foto von dir geschossen! Yeah, yeah, yeah! Wichtig im Schmitz-Modus! Ja, nee! Alter! Ach, Hase! Ja, aber Pan, es ist halt wirklich nicht einfach, Alter! Ich hab's ja auch genauso gehabt! Nein, nein! Ich hab das erste Mal Killer gespielt! Jetzt machen wir jetzt mal gar keine Vorwürfe, aber... Ja, hoffentlich! Ach, das Spiel ist echt... Macht echt Spaß! Das macht wirklich, wirklich Spaß! Ja, direkt noch ne Runde danach! Das Geile ist, Pan, wenn du irgendwann weißt, wenn man irgendwann weißt, wo die Fallen so sind, dann kannst du halt echt keine Aktion machen, so, weißt du? Auf jeden Fall! Da freu ich mich halt echt drauf, ey! Ah, joioioi! Ah, Pan, du siehst echt gut auf! Total Failure! Total Failure! Geschweine! Oh! Ja, dann in der nächsten Folge sehen wir uns doch wieder, würde ich sagen, ne? Wollen wir nochmal? Ja, oder? Ja, natürlich! Ja, geil, Leute! Auf geht's! Ja, vielen Dank für's Zuschauen! Bis zur nächsten Folge! Tschau! Tschüss! Tschau!